Ey Leute, was geht? Heute gibt es eine Folge Jackbox und damit alle checken, was abgeht, wollte ich mal kurz erklären, wie das Spiel so funktioniert. Zuerst kriegt jeder drei Blätter und auf diesen drei Blättern kann er dann irgendeinen Shit zeichnen. Es ist einfach perfekt. Nachdem wir dann fertig mit Zeichnen sind, suchen wir uns richtig lustige Captions aus und schreiben sie einfach rein und schicken sie ab. Danach geht es dann erst richtig los, dann dürfen wir endlich unsere T-Shirts zusammenstellen. Denn wir kriegen drei verschiedene Bilder und drei oder mehrere verschiedene Captions und tun das T-Shirt zusammenstellen und am besten so lustig, wie es geht. Nachdem jeder fertig ist mit seinem T-Shirt, treten die Leute dann gegeneinander an. Oh, Bro. Das T-Shirt, das dann in der Runde am meisten gevotet wurde, überlebt und kommt in die nächste Runde. Als ob das immer so close ist. Bro, das ist ein völlig normales Mike. Und das T-Shirt, das bis zum Ende überlebt, ist dann der Gewinner der Runde. Ja, das war's auch schon. Also dann, viel Spaß mit der Runde. Okay, ich hab was ganz Schlichtes. Bro, ich hab auch eine Idee. Ich hab eine Vision, Leute. Boah, die muss ich jetzt umsetzen. Keine Vision? Ja, ja. Boah, Leute. Die Idee war gut, aber die Umsetzung, alter Holy Shit. What the fuck? Leute, abgeben nicht vergessen, ne? 15 Sekunden. Ne? Scheiße. Ja, dachte ich mir schon. Fuck, ich muss abgeben, Fanny. Aber es gibt ne Rückseite. Es gibt ne Rückseite. Here we go! Okay, ich bin fertig. Ah, kann ich nur ausmalen? Sehr stark. Ey, ich check halt nicht, wie ihr manche Sachen ausmalen könnt. Das dauert doch viel zu lange. Ihr seid doch krank. Oh, abschicken. Abschicken. Scheiße. Yo, Yannick, alter. Ich hab doch mal... Du hast noch eine, du hast noch eine. Also, du kannst das jetzt noch abschicken, oder du kannst meine... Bro, du hast einfach gar nichts eingeschickt. Ich hab abgeschickt. Ich kann ja nicht mehr dran arbeiten. Über deinem Kopf steht einfach nichts. Ich weiß. Ich hab mir grad so Mühe gegeben. Ja, das ist zwar schlecht, aber ey. Na, könnt mich vortragen. Das ist ja alles. Egal. Ich bin gar nicht so salty. Ich bin gar nicht so salty, dass meine eine Zeichnung einfach gelöscht wurde. Boah, ich muss jetzt richtig die Captions reinhusteln, alter. Boah, Alter, ich hab gute, aber die müssten... die müsst ihr halt bekommen. Boah, Junge, Alter, du schreibst immer so viel. Gabi, du hast halt... Jetzt hat er rechts. Boah, Alter, das ist ja übel gut. Was? Oh, oh, das ist auch gut. Alter, die... Ich sag's euch, die Zeichnungen sind lit, alter. Die sind übel lit geworden. Oh, oh, Alter, die Caption ist gut. So ein gelben Strich als Zeichnung. Oh, Mann, Junge. Oh, das ist gut, das ist gut. Na, das stimmt schon. Ich bin gespannt. Ja, wie ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen. Boah, Alter. Boah, die Aufsgegenheit, alter, das ist gut. Ich glaub, wir haben schon den Gewinner, Digga. Boah, ich übernehm das nicht. Alter, scheiße, Digga. Die Caption ist halt so gut, äh, die hast du safe übergeschrieben, oder? Ey, die Caption ist übel gut. Ja, Digga, man kennt die. Hat jemand die Caption uns das Teil geschrieben? Also, oder war das so unabhängig, oh mein Gott. Hä, warum hat das... Oh, was? Warum ist das recht, du? Ich check das recht, oder? Ich check das recht, oder? Wenn das Fenken da ist, ist das Fenken, was auch anhat, der Film auch. Und ach so. Oh, nein. Nein. Es war actually gut. Oh mein Gott. Ich hab dich das gecheckt, auf mein Leid. Alter. Aber es war halt nicht orange, wenn es orange gewesen wäre, hätte ich... Ich hatte keine orange. Es gibt keine orange. Eben, deswegen, aber deswegen hab ich es auch nicht gecheckt, Digga. Das ist das Problem. Oh, Mann. Ich hab dir das vorher gesagt, ja, ich bin das so gut. Egal, wir können doch in Armin's World Connection reinmachen. Oh shit, bro. Oh mein Gott. Ja, einfach den Gewinner von diesem Game Photoshoppen. Und jetzt... Ja, das ist schon ein bisschen ruhiger aufs genommen, der Sache ausschaut. Ich wollte ja für den Stimme schon vorhaben. Es geht auch nicht so. Es geht ja alles genug. Oh mein Gott, er hat ja mal mit der Spiel. Wie kann es denn sein, dass Leute die gleiche... Also die perfekten Captions für den perfekten Bildern haben? Alles. Das ist gut, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich glaube, ich jetzt irgendwas bisschen raked. Also ich hab das Bild gemarkt und hab die Captions gemacht und was du dir alles bekommen hast. Das kannst du auch noch wissen. Mh... 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 Ich find immer noch Sklades Skloodle besser. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ohhhh... Ahhhh... Ahhhh... Ja, ja... Oh, You're So Good at Coming. Level 99 Boss. Okay, das ist gut, das ist gut. Das ist zu gut. Alter. Ja, ja, ja. Verdienen, verdienen. Das ist sehr gut. Bild und Caption ist zu gut Jetzt kommt das ultimative Battle Wir haben beide gute Arme Ja das hat schon mal jemand gemacht Jetzt kommt das Ultimate Battle Echt? Ja No Level 1 Crew Yo Was als ob Holy Shit Die Zeichnung habe ich aus Trotz gemacht Weil ich sagen wollte ich will irgendwas hinterbesteichnen Was immer rauskommt Das ist geil hatte ich das Boah da muss jetzt eigentlich der Boss gewinnen oder? Das ist die einzige logische Erklärung Ja 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 Sehr gut Oh man Ja Ich hoffe die Combo ist so geil Loll Du bist der ultimative Gewinner Holy Shit Oh Shit Ich hab ne bessere Idee Ich hab ne bessere Idee Doch hab ich Ne Echt? Ich hab aber auf Submit gedrückt Ja ich hatte das und denkt das rechtzeitig und dann Hä ich hab zwei Sekunden vorher gemacht What Oh Gott Ah Shit Hätte noch ne gute Idee Geil Alter wie gut Wie gut Wie gut Direkt starkes Battle Übel ich weiß gar nicht wen ich nehme Übel gell der Hund ist doch einfach zu gut Stolz Stolz Mit Mit Denk um die caption Weil der war so geil auch Ja nach der Runde Das würde ich wirklich fragen Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Ist das so Barmium Niemand Yo Alter der war echt wack Alter Wie soll man da gegen noch gewinnen Ja das ist schon Also Barmium Schon sehr wild Oh Oh Entschuldigung So 7 options Ist auch nicht schlecht Ja Expressiv Ja Ja Obamium fand ich auch besser Das war meins Also das hab ich zusammengestellt Nice Ja toll Ich hab Obamium Ja das sieht man Okay wow Kai Warum so Toxic Oh Komm schon Komm schon mein Team War Toxic Wow Side of Beach bestellt Ja das Bild ist halt übel gut Also jetzt Real Talk Das war erst das von dir Kosta ne Ja das Bild ist safe von Kosta Oh Oh Barmium gewinnt Digga Hätten wir eine bessere Caption gehabt Verdammt Ja ja die Caption hätte besser sein müssen Ich hatte keine bessere Caption Ich hatte keine bessere Caption Ich hatte noch Schach live aber das hatte keine Spanchen Fuckers Finger licking gut Aber mit mir auch Ich bin so fast geiler 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 Oh Oha Ja jetzt kommt der Streak Oh ja komm Das ist einfach wieder mein Weg Ich bin so fast geiler Vielleicht ist der Streak Schade Bummer ist der Finger weg den Grund Das ist für die Läge Ja Eben ist nur der Heide Ich bin so fast geiler Ich bin so fast geiler Oh ge he Oh ge oh ge das ist ja echt gut Das ist ja echt gut Das ist ja echt gut Ey DGA Das ist wegen wir sind 2 AG für ihn Oh mein Gott Oh Hätten sie nicht gedacht dass Armanium dagegen verliert Verlieren. Doch. Oh. In game, one another in fight. Ich hab ein Discord im Mord. Ich hab ihn wieder richtig scheiße. Ja, der Argen ist ja einfach insane, Alter. Schau dir das Gesicht an. Der ist aus wie arm mit extra Kürmer. Stark, stark, stark. Ich hab so hart mit deinem still breaking. War mir umgegen? Ja, der hat neu erkömmlich mir Vorteil. Oh, Level 99 Boss. Holy shit. Ich weiß echt nicht. Boah, Mann. Doch, doch. Oh, ja, war sogar fast unentschieden, ja. Also, die T-Shirt schon größte, die T-Shirt. Ah, das ist... Okay, okay. Ja. Ja, stimmt. Der Pfeil ist aber nicht aus. Ja, das wäre schon geil, wenn der Pfeil rausgemacht wäre. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Geil. Ey, nicht schauen wieder, Alter. Ihr könnt nicht jede Runde... Ey, das ist jetzt ein Alter, Bro. Nimm es, nimm es. Nimm es für den Meme. Ich hab zwei, ich hab zwei. Ich klicke nach rechts. Das nächste ist schon wieder. Ich brauche ein neues Spike. Alter, Leute. Alter, Leute, ich bin es auch nicht als glücklicherweise. Ich probiere dich. Ja, klar. Ich bin es Eachine.